Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute testen wir ein bisschen Neuzugänge hier. Ihr findet fast alles bei Look Fantastic, wo ihr mit Claudi Welt auch drauf sparen könnt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich über die Links in der Infobox supporten, die sind nämlich affiliated. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich war eben noch im Garten. Ich hoffe, ich habe nicht mehr allzu viel Erde in meinem Gesicht. Und ja, genau, ich starte auch mit einem Primer. Da habe ich Jenny, Jennys Highlights. Das ist die Anfixer Queen schlechthin, ich sage es euch. Die hat immer wieder diesen Hygen Primer empfohlen. Energizing and Hydrating Primer Serum von der lieben Natascha. Und ja, der war jetzt endlich auch mal verfügbar, sodass ich ihn mir jetzt auch mal bestellt habe. Serum würde ich vorher schütteln, oder? Okay, das sieht sehr peerlich aus. Das ist ja abgefahren. Oh mein Gott, das schimmert. Wie cool ist das denn? Ich stehe ja auf sowas, ne? Das ist ja voll mein Vibe. Oh! Wir sind im Game. Könnte jetzt vielleicht im Sommer ein bisschen viel sein. Ist auch parfümiert. Also für ölige Haut ist das nächste, kann ich jetzt schon sagen. Das ist sehr ölig. Mal gucken, was der zu meiner Hautpflege und meinem Lichtungsfaktor sagt. Nicht viel Gutes. Ne, da habe ich jetzt komplett Würstchen im Gesicht. Dann machen wir das mal mit einem Tuch grob weg. She's a professional. Ich habe es jetzt grob mit dem Handtuch so runtergenommen. Ich lege jetzt mal noch meine Schichten nach. Wahrscheinlich war das halt wirklich durch die darunter befündliche Hautpflege, die aber echt schon Stunden eingezogen ist. Zu viel. Er bildet halt auch wirklich so eine Art Schicht auf dem Gesicht. Und das war ein rein. Das ist manchmal problematisch. Am Hals mache ich jetzt hier noch so ein bisschen mit dem Tuch. Ich könnte jetzt natürlich auch hingehen, mein Gesicht waschen und das Ganze nochmal von vorne anfangen. Nö. Also in der Regel, wenn wir ein neues Produkt haben, packen wir das ja auch auf die Hautpflege mit drauf. Ja, ich habe im Garten geschwitzt. Dementsprechend kann das sein, dass das irgendwie... Deswegen werde ich nochmal ausprobieren. First Impression. Es sieht wunderschön aus. Möchte aber nicht mit Hautpflege, also mit meiner Hautpflege zusammenarbeiten. Das macht das Ganze etwas schwierig. Jetzt habe ich einen Color Corrector hier von Clinique. Ist das der Even Better All Over Primer and Color Corrector. Ich habe den in der Farbe Peach mir bestellt. So schaut die Umverpackung aus. Kann man sicherlich, wenn man so einen No-Make-Up-Make-Up-Look macht, auch als alleinigen Concealer verwenden. Ich möchte ihn jetzt aber wirklich nur unter den Augen ein ganz kleines bisschen verwenden zum Korrigieren. Das Füßchen ist so puffig abgeflacht. Ja, das ist auch eher wirklich für Dark Circle Geschichten. Das arbeite ich mir jetzt erstmal mit so einem Pinselchen ein. Der radiert wirklich. Holla, holla, holla. Ja, sowas neutralisiert dann halt die Augenschatten, ne? Nein, würde ich nicht Solo tragen. Nee, dafür ist es für mich persönlich einfach zu dunkel. Vielleicht, wenn man das ganz, 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 ganz dezent aufträgt. Color Correction ist am Start. Würde ich aber jetzt nicht als Concealer-Ersatz nehmen. Dann habe ich hier von By Terry die Brightening CC Foundation in der Farbnuance Faircool 1C. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich liebe ja die Kooperation, denn da kann ich euch tatsächlich auch Produkte vorstellen, die einfach etwas hochpreisiger sind. Dann kann ich euch eine Review geben, dass ihr die nicht einfach so blind kauft. Weil ich weiß nicht, in welchem Laden man halt so eine Foundation so stehen sehen würde. Dementsprechend bin ich hier, ich bin euer Versuchskaninchen, Japanese Rose Extract. Oh, und Skin Booster Complex. Und Niacinamide, da musst du ein bisschen aufpassen, ne? Dass du das verträgst. Ich mache das ja direkt einfach in mein Gesicht rein. Patch Test, was ist das? Oh, die ist sehr fest. Oh. Oh. Die Farbe sieht sehr gut aus. CC. Also da würde ich jetzt auch nicht denken, dass die eine super krasse Deckkraft hat oder so. Color Correction soll es ja eigentlich sein. Jo, die riecht richtig nach Rose, Leute. Farbtechnisch werden wir aber, glaube ich, Freunde. Bislang konnte mich ja von diesen By Terry Foundations noch nicht so viel überzeugen. Da war ich nicht so happy mit. Ne, die Deckkraft ist wirklich leicht. Mit ganz viel zu gedrückten Augen. Vielleicht Medium. Aber schön. Das heißt aber. Und. Und es fühlt sich auf der Haut auch eher an wie eine Creme. Wow. Die sitzt wie eine Eins auf meiner Haut. Und das jetzt erstmal auch nur mit Pinsel. Die Kombination von Primer und Foundation scheint bei mir wirklich super zu funktionieren. Ich mag diesen Glow. Ich mag dieses natürliche, aber trotzdem geschminkte Finish. Ne. Also das ist schon meins. Das ist hübsch. Das mag ich. Und Niacinamide sind ja auch immer so ein bisschen dafür da, um jetzt so Figmentflecken aufzuhellen und so. Ne. Das ist ja eine ganz feine Kiste. Aber da ist jetzt, glaube ich, nicht so super viel Niacinamid-Wirkstoff drin, als dass man da irgendwie wirklich einen Hautfliegeffekt hat. Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Aber schön finde ich es auf jeden Fall. Das ist eine Empfehlung. Wenn ihr das Geld ausgeben möchtet. Wenn es ein bisschen weniger sein soll, dann L'Oreal. Da gibt es hier diesen True Match Radiant Serum Concealer. Habe ich in der Farbe 1R Light Clear. Das ist ein ganz abgefahrenes Füßchen. Den habe ich euch auch schon mal solo gezeigt. In einem Short. In einem Real. Ich kann euch das Short mal verlinken. Den mag ich. Also der hat auch wirklich gut über den Tag gehalten. Den trage ich mir jetzt auch auf meine Rötung und so auf. Die Deckkraft ist jetzt nicht so mega hoch. Aber wir kennen ja zum Beispiel von L'Oreal auch die True Match Foundation. Das geht, ne? Also das ist wirklich sehr vergleichbar damit. Die True Match ist richtig, richtig geil. Ich nehme jetzt hier ein Schwämmchen. Und da ich ja schon den Color Corrector drunter habe, brauche ich unter den Augen nur so ein Müh. Einfach um das vielleicht minimal aufzuhellen. Weil eigentlich habe ich ja schon abgedeckt. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Butt on Top. Ja und das ist jetzt für mich kein Wunder, dass ich den gerne mag. Aber der verträgt sich auch gerade sehr, sehr gut mit allem anderen, was drauf ist. Das finde ich immer sehr positiv. Wenn die Produkte, die ich jetzt auch kombiniere, harmonieren. Also Leute, das sieht fantastisch aus. Das gefällt mir gerade so gut. Dann hat die liebe Natascha ja diesen großartigen High Gen Skincare Infused Glow Beautify herausgebracht. Auch den kriegen wir bei Look Fantastic. Auch da könnt ihr mit Claudi Bell drauf sparen. 0,1 Light habe ich mir natürlich bestellt. Ich habe es mir jetzt gespart, den als Primer aufzutragen. Denn durch diesen High Gen Primer hatte ich jetzt ja auch schon genug Glow. Also ich glaube, das brauche ich auch nicht unbedingt. Das ist dann ein bisschen sehr texturbetonend, nennt man das ja immer ganz gerne. Sowas kann man dann aber vielleicht auch so, keine Ahnung, nochmal zwischen Primer und Foundation. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein Cream-to-Powder-Produkt. Und es fühlt sich auch ganz abgefahren an. Also sehr, als würde ich über Seide streicheln. Und Leute, das ist wirklich, wenn ich den jetzt so hier mit dem Finger nehme, ne? Das ist schon ein kleiner Spiegel. Das ist schon heftig. Den kann ich hier ja mal swatchen. Und das sieht sehr schön aus. Oh mein Gott. Ei, 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 ei. Wenn du jetzt auch so auf dem Gesicht bist, vielleicht ein bisschen heller als beim Swatch, bin ich happy. Ich gehe jetzt auch mal ganz mutig mit dem Foundation-Pinsel rein. Ne, ich nehme den Concealer-Pinsel. So, mit dem ich den Color Corrector eingearbeitet habe. Den mache ich jetzt so am Handtuch ein bisschen sauber. Und dann trage ich mir den auf. Wie schön. Ein Perlglanz. Ob ich den jetzt über Puder auftragen würde? Eher weniger. Ne, also das ist halt einfach so, dass es bei mir oft nicht funktioniert. Und wenn ich cremige Produkte, auch wenn es Cream to Powder ist, über einem Puder auftrage, betont halt diese Falten hier. Und das möchte ich nicht unbedingt. Und das ist ein sehr, sehr schöner Highlighter. Wow! Und dem traue ich auch zu, dass der auch wirklich gleich noch durch das Puder durchscheint, ne? Ui, ui, ui. Der ist auch nicht zu dunkel, ne? Ne, das geht. Trägt auch keine Base oder so ab. Ja, ich habe heute relativ viel von der lieben Natascha hier. Das stimmt. Finde mir auch gerade auf. Feines Teil. Also ob man dafür 50 Tacken hinlegen will, sei jedem selbst überlassen. Wie gesagt, mit meinem Code könnt ihr ja noch darauf sparen. Aber trotzdem. Ich bin auf jeden Fall happy, ihn in meiner Sammlung zu haben. Ich finde den sehr hübsch. Jetzt gerade im Sommer verwende ich immer so zwischendrin gerne mal ein Wasserspray. Bevor ich jetzt auch die pudrigen Texturen auftrage. Einfach weil es sehr warm ist. Was heißt Sommer, ne? Es ist jetzt Mitte Mai, aber, also wo ich drehe. Aber ich brauche einfach dieses frische Gefühl zwischendrin mal. Das tut gut. Nicht, dass die Foundation oder die Base oder sonst irgendwas sich irgendwie austrocknend anfühlen würde. Das ist auf gar keinen Fall. Aber ich mag es ganz gerne. Ist ein absoluter, muss nicht Schritt. Ist es einfach. Ich mag es ganz gerne. Von bei Terry habe ich ja auch noch dieses Hydra Powder. Das habe ich jetzt aktuell einfach in Anwendung. Nehme ich gerne um meine Augen herum. An den Nasenflügeln und an dieser Marionettenfalte. Und für das ganze Gesicht von Too Faced. Mein Primed & Paulist, was ich aktuell in meinem Project Pen habe. Wie schön der Highlighter einfach immer noch scheint. So cool. Ich habe übrigens dieses Mal jetzt nicht explizit ein Produkt für euch ausgesucht. Sondern ich möchte in diesem Video einfach ein Beauty-Paket verlosen. Also wenn du an der Verlosung teilnehmen möchtest, schau gerne in die Infobox. Da habe ich die Teilnahmebedingungen reingesetzt. Denn ja, ihr sollt ja nicht nur durch mein Wissen profitieren. Sondern ich gebe ja auch immer gerne so ein bisschen was an euch weiter. Und solltest du diesen Kanal noch nicht abonniert haben, mach das sehr, sehr gerne. Hier gibt es immer wieder so ein bisschen Beauty-Content. Und Unboxing, Hauls, Reviews. Ein bisschen Entspanntes aus meinem Leben in meinen Vlogs, wenn ihr mögt. Und ja, genau. Also da seid ihr herzlich eingeladen, auf das Abonnieren-Button-Ding zu klicken. Denn ungefähr die Hälfte von euch haben das noch gar nicht getan. Ja, ich würde mich mega drüber freuen. Jetzt habe ich hier eine Palette. Auf die war ich schon länger scharf. Die Hyper Natural... Hyper? Das heißt ja irgendwie überall, ne? Diese Natural Face-Palette auf jeden Fall. Als ich die das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, hm. Dann habe ich sie mir aber mal genauer angeguckt und mir gedacht, okay, die ergibt Sinn. Du hast im Prinzip hier nämlich fünf schimmernde Töne. Und dann hast du diesen dreigeteilten Bronzer und diesen zweigeteilten Blush. Beide sind matt. Sodass du halt diese Palette auch in Kombination mit den Tönen so verwenden könntest. Finde ich ziemlich cool gemacht. Das Einzige, was ich halt einfach schwierig finde, ist, du kommst halt mit so einem Pinsel sehr schwer in diese Fändchen rein, um dir sehr präzise Bronzer und Blush aufzutragen. Das wird ein bisschen abgefahren. Ich versuche es jetzt einfach mal sehr wild. Und gehe komplett in dieses Fändchen rein. Ich wubbel mal so richtig. Guck mal, ob die Farbe vielleicht was sein könnte. Das ist halt sehr zurückhaltend, ne? Was ich jetzt nicht schlimm finde. Dann kann man das ein bisschen besser aufbauen und dosieren vor allem. Ich halte mich aber ein bisschen mehr auf dieser helleren Seite auf, weil mein Hautton ist ja nach wie vor eher durchsichtig als sonst irgendwas. Und das hier ist auch ein super fluffiger Pinsel von Real Techniques. Das war, glaube ich, der erste, den ich mir überhaupt mal gekauft habe. Den habe ich mir mittlerweile schon nachgekauft. Der 400er. Damals stand hier unten auch noch drauf. Ne, hier steht es auch noch. Blush Brush, ne? Ach ja, Nostalgie. Melly wird sagen, der Bronzer ist jetzt kein Schlüpperstürmer, aber er ist okay. Also mich stört schon, dass ich da nicht drin wubbeln kann. Ich mag es gerne, wenn ich rühre. So, ne? Das ist schon meins. Hier muss ich jetzt wirklich aufpassen, dass ich nicht zu dunkel reingehe. Aber das ist halt jetzt, ne? Du hast eine Palette mit fünf Lidschatten und Blush und Bronzer hier mit drin. Das ist eigentlich ganz gut gelöst. Sonst haben sich ja auch immer wieder welche. Beschwert ich mich auch. Dass in den anderen Paletten, wo du halt sowohl die Base als auch die Eye-Produkte mit drin hattest, nicht jede Hautfarbe halt was finden kann. Hier auch nicht, aber es ist immerhin so eine Art Kompromisspalette. Dann gehe ich hier in den Blush rein und da gehe ich auch in die Mitte einfach mal rein, um zu gucken, wie der so ist. Schön. Auch hier bin ich dann eher auf der dezenteren Seite unterwegs. Ist solide, ne? Aber auch hier kann ich nicht rühren. Ich finde es trotzdem schön. Also mir gefällt es. Die Base ist wirklich gut gelungen. Ich werde gleich auch noch die Töne hier mit drin nehmen. Jedenfalls zum Teil, wenn ich gleich den Augenluck schminke. Aber erst muss ich mir, möchte ich mir, die Augenbrauen machen. Da verwende ich hier von Avaline Cosmetics mein Micro Precise Brow Pencil. Warum bist du so und du bist so? Und zur Fixierung nehme ich hier meinen wunderschön aussehenden Catrice Brow Glue, den Super Glue. Und nun gönnen wir uns die My Mini Dream Palette. Die ist, glaube ich, letztes Jahr irgendwann rausgekommen und ich habe sie auch immer wieder bei Kolleginnen gesehen. Aber ich bin ehrlich mit euch, ich habe sie immer wieder vergessen. Und ja, jetzt ist sie mir wieder ins Auge gefallen und da habe ich mir gedacht, wir schminken damit mal einen Look. Ich glaube, sie ist mir einfach nicht so in Erinnerung geblieben, weil sie doch sehr neutral ist. Das ist so eine richtige zurückhaltende Alltagspalette. Aber wir versuchen da jetzt einfach mal was Schönes mit rauszuholen. Und das wird jetzt auch ein relativ easy peasy Alltagslook werden. Ich starte mit dem Ton Balance. Das ist einfach so ein Beige. Und der kommt natürlich ganz klassisch in die Lidfalte. Sehr angenehm zu verblenden, simpel in der Anwendung. Das ist wirklich schön, ne? Das geht auch sehr schnell und einfach. Dann nehme ich den Ton hier ganz außen. Der heißt Neuture. Dieser hier, ne? Da. Und damit werde ich mir jetzt hier außen so einen kleinen Schatten basteln. Und den auch ganz leicht so mit in die Lidfalte dann ausblenden. Aber wie übertreibt es nicht? Ha! Ich glaube, ich werde sogar wirklich alle Töne aus der Palette verwenden. Das ist ja krass. Den setze ich mir jetzt auch mal an den unteren Bimpernkranz. Dann nehme ich mir diesen wunderschönen dunklen Ton Loyalty und halt einen Eyelinerpinsel. Denn mit dem Ton ziehe ich mir jetzt einen Eyeliner. Und das funktioniert sehr, sehr gut, Leute. Das ist ja richtig cool. Der ist halt hammermäßig gut pigmentiert. Und wenn man den dann so dumpft, dann geht das echt toll. Ganz egal, wie teuer eine Palette ist oder wie günstig sie ist. Ich mag es einfach sehr gerne, ein Glitterglut zu verwenden. Man könnte den Look auch so lassen als Alltagslook nur matt. Gar kein Problem. Ist aber nicht mein Vibe. Genau. NYX Glitterglut ist einfach für mich ein sehr wichtiges Produkt. Ein sehr wichtiger Bestandteil meiner Make-up-Geschichte. Deswegen nehme ich den Eyelinerpinsel, mache den ein bisschen sauber und trage mir damit den Glitterglut auf. Der übrigens Glitterprimer heißt und gar nicht Glitterglut. Zwei Schimmertöne haben wir in dieser Palette. Das ist einmal der Passionate und der Devotion. Das sind diese beiden. Ich möchte auch beide in diesem Look verwenden. Hier haben wir eine eher seidige Konsistenz und hier haben wir eine eher cremige Konsistenz. Und die beiden kommen jetzt auch auf mein Auge, aber nicht in meinen Innercorner, weil dafür wäre der mir tatsächlich ein bisschen zu graustichig. Das heißt, ich setze mir diesen, den helleren, komplett auf mein bewegliches Lid und lasse nur ein bisschen außen und innen frei. Aber ich finde, der sieht echt schön und auch hochwertig aus. Und nach außen hin tupfe ich mir dann den dunkleren auf und verstärke damit den Schatten, den ich mir draußen ja auch gebastelt habe. Und ich finde, das sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Es sieht edel aus, es sieht hochwertig aus. Da lohnt sich so eine Palette definitiv, weil du hast hier fünf Töne drin. Die kannst du auch echt gut verwenden. Du hast ja nicht die ultimativen Kombinationsmöglichkeiten, aber das sieht auch gut aus. Absolute Empfehlung von meiner Seite aus. Ich finde, das sieht echt nice aus. Genau, Innenwinkel. Da möchte ich aber gerne hier den Ton Dreamy verwenden aus dieser Hyper Natural Face Palette. Der ist auch so richtig schimmerdiepimmer. Da geht die Party richtig ab. Uiuiuiuiuiuiuiui. Aber tatsächlich ein Tickchen zu dunkel für mich, aber das ist man so. Fühlt sich auch super seidig an. Mega angenehm. Und den tupfe ich hier im Innenwinkel auf dem Auge oder in mein inneres Drittel auch noch ein bisschen mit drauf. Und habe damit ein mega krass cooles Highlight nochmal in meinem Innenwinkel. Das ist hübsch. Ihn als Highlighter zu verwenden würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Dafür hat er halt zu groben Schimmer mit drin. Und ist wahrscheinlich auch einfach zu stark pigmentiert. Es sei denn, du hast da Bock drauf. Dann gönnt ihr hart. Gar kein Problem. Aber das ist eine sehr schöne Kombi. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Wie gesagt, der Dreamy hätte noch ein ganz kleines bisschen heller sein können. Für meinen Geschmack einfach. Aber gefällt mir trotzdem. Sehr coole Paletten. Da bin ich echt froh, die beiden jetzt neu in meiner Sammlung begrüßen zu dürfen. Guten Tag. Dann habe ich jetzt was zum Fixieren. Und zwar von Kiko Milano Face Makeup Fixer. Genau, so schaut es aus. Und das ist halt auch so ein hoffentlich Continuous Spray. Muss ich mal gucken. Es sieht auf jeden Fall so aus wie ein Continuous Spray. Und auf sowas stehe ich ja total. Jo. So, es ist Continuous. Das fühlt sich ein bisschen wild an. Riecht auch echt nach Haarspray. Aber es zieht nicht so doll an meinem Gesicht. Wie ja zum Beispiel dieses neue von L'Oreal. Das ist schon sehr angenehm. Doch, das ist besser. Das mag ich. Wow. Mag ich. Das mag ich wirklich. Weil das jetzt nicht irgendwie mattiert hat oder so. Könnte was werden mit uns beiden Freundchen. Dann werde ich jetzt mal eben kurz meine Wimpern bieten. Ich weiß nicht, ob es aktuell auch mein Wimpernserum, mein in Anführungsstrichen, ne. Und das Augenbraunserum, was ich verwende, was ich ganz gerne verwende bei Look Fantastic gibt. Das ist nämlich von Grande Cosmetics. Das ist Grande Lash. Und auch das Grande Brow. Kann ich euch sehr empfehlen. Und wenn es das gibt, könnt ihr auch mit Claudi Welt entsprechend drauf sparen. Ich verlinke euch das auch gerne mal in der Infobox. So. Jetzt muss ich erst mal mir ein bisschen Mut antrinken. Nein, ich muss mir keinen Mut antrinken. It Cosmetics ist jetzt ja irgendwie total wieder im Hype. Das ist echt abgefahren. Und diese Hello Plus Lashes oder Hello Lashes Plus Mascara hatte ich schon mal. Die finde ich sehr, sehr cool. Also die hat auch sehr oft einfach bei mir so Augenlooks gerettet. So schaut sie aus. Hat aber trotzdem so einen Wawa Wum Effekt mit dazu gegeben. Das fand ich immer sehr abgefahren. Man ist nämlich ein bisschen, höh, die ist ein bisschen deformiert. Warum auch immer. Genau. Die ist nämlich pieksig, sieht die erst mal aus. Aber ich komme damit eigentlich ganz gut zurecht. Gummibürstchen ohne wirklichen Duft. Saut im Laufe der Zeit hier oben total zu. Das hatte ich jedenfalls. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass die mega geile Mascara von Cosmetics, die ich hatte, die Superhero war. Aber die hier fand ich damals auch ganz gut. Ja, so schaut sie aus. Ich finde sie schön. Ja, ne. Die hat ein gutes Ergebnis gemacht. Die war einfach in der Anwendung. Und, also sie hat nicht rumgezickt oder sonst irgendwas. Und ich finde auch, dass es auch sehr gut zum Look passt. Könnte tatsächlich für mein Wawa Wum Herz, wie auch immer, das Ganze noch ein bisschen länger machen. Aber trotzdem ist es eine sehr, sehr schöne Mascara. So, als Lippenkombi verwende ich einfach hier mal Charlotte Tilbury. Das ist der Pillow Talk Lip Liner. Der ist ganz schön trocken geworden. Und darüber setze ich hier aus meinem Project Pen mein Lip Gloss von ÖM Asam in der Farbe Frosty Sweets. Ich finde, das ist so eine Geht zu allem Lippe. Mag ich ganz gerne leiden. So, bevor wir das Ganze jetzt beenden, sage ich jetzt mal. Nein, ich öffne meine Haare erst mal hier. Da muss dann noch die Geschichte sein. Schmuck habe ich jetzt gerade nicht um. Aber, uh, das gefällt mir richtig gut gerade. Also die Base, das sieht so schön aus. Das mit den Augen gefällt mir. Das sieht sehr klassisch, sehr edel aus. Aber trotzdem kann das ein Abendlook sein, ne? Da habe ich jetzt hier von Paco Rabanne das Fame Parfum. Das werde ich jetzt auch nochmal auftragen. Das ist die 30ml Variante. Dann sieht der Flakon so aus. Und das ist ein sehr schöner, angenehmer Sommerduft. Der hat tatsächlich was von frisch geduscht, aber auch von einer Blumenwiese. Aber nicht zu blumig blumig. Auch was leicht Zitrisches ist mit dabei. Aber nicht so, dass ich es nicht mögen würde. Ich finde den Duft sehr angenehm, aber auch sehr, er überwältigt einen nicht so. Es ist ein ganz angenehmer Duft, der irgendwie so ein bisschen gefällig ist. Am besten auch mit Kopf. Hübsch im Schrank natürlich aussieht. Aber es ist jetzt kein Duft, dass wenn du den Raum betrittst, dass irgendwer denkt, oh mein Gott. Aber auch nicht, dass jemand denkt, oh mein Gott. Wisst ihr, was ich meine? Also ein schöner Duft, den ich mag. Ihr Lieben, das ist jetzt einfach mal, wie gesagt, der fertige Look. Mir gefällt es richtig gut. Ich fühle mich frisch, fröhlich, frei. Und es sind sehr, sehr gute neue Produkte hier bei mir eingezogen. Die Base sieht so unglaublich gut aus. Also sowohl aus der Entfernung als auch von der Nähe. Ihr habt es ja eben auch beim Augenlook gesehen. Das ist klasse. Wirklich klasse. Auch, dass Blush und Bronzer im ersten Moment relativ dezent waren, passt jetzt einfach in der ganzen Gesamtkonstellation sehr gut zusammen. Also es ist jetzt einfach mal ein etwas zurückhaltenderer Look, aber ein sehr, sehr schöner, wie ich finde. Solltest du auch eins dieser Produkte oder mehrere sogar schon getestet haben, dann schreib doch mal gerne deine Erfahrung damit in die Kommentare. Denn Schwarmwissen ist immer cooler, als wenn nur eine Truller hier sitzt und was davon erzählt. Ihr Lieben, ja, das wäre es dir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.